Es ist einfach unhöflich, manchmal sogar regelrecht peinlich, zu schnell zu essen. Ich tue das leider auch und will wissen, ob ich mit der schlauen Gabel wirklich langsamer bin und mache einen Test. Zwei Gabeln, ich fange mit der normalen an und tue so, als sei ich alleine und esse in meinem ganz normalen Tempo. Tomate Mozzarella, gleich zweimal. Links mit der normalen Gabel, rechts mit der intelligenten. Sie vibriert, wenn ich mir nicht mindestens acht Sekunden fürs Kauen Zeit lasse. Die Anzahl der Sekunden kann man übrigens noch weiter nach oben setzen. Ohne Hilfe brauche ich 5 Minuten 5 Sekunden, mithilfe 7 Minuten 33 Sekunden. Fazit, erstens, ich bin satt und zweitens, das Ding funktioniert.